Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Englisch oder was? Turnen ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Turnen oder was? Einmal in der Woche, Kunst und Musik. Zweimal in der Woche, Geschichte und Deutsch. Dreimal in der Woche, Mathe, Englisch, aber Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, fünfmal, fünfmal, siebenmal in der Woche, zu viele Hausaufgaben. Mathe ist ihr Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Mathe oder was? Was ist dein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, sag mir was? Einmal in der Woche, Kunst und Musik. Zweimal in der Woche, Geschichte und Deutsch. Dreimal in der Woche, Mathe, Englisch, aber Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und Siebenmal in der Woche, zu viele Hausaufgaben.